Nach Zidane aus Mit dem Rücktritt von Erfolgscoach Zidane hat niemand gerechnet. Die wichtigste Frage lautet jetzt, wer wird neuer Trainer der Königlichen? Deonline.de stellt möglichen Nachfolger vor. Das überraschende Aus von Zinedine Zidane als Trainer von Real Madrid setzt die Vereinsbosse um Florentino Perez mächtig unter Druck. Den Königlichen bleibt nicht viel Zeit, um einen neuen Chefcoach aus dem Hut zu zaubern. Eine der wichtigsten Fragen bei der Suche nach einem Zidane-Nachfolger lautet, setzen die Königlichen auf eine vereinsinterne Lösung oder verpflichtet der Champions-League-Sieger einen großen Namen? Wer folgt auf Zidane? Deonline.de stellt mögliche Kandidaten vor. Wenn die Königlichen auf eine Lösung mit Stallgeruch wie Zidane setzen, der weiß wie der Verein und das Umfeld dicken, schon als Spieler große Erfolge gefeiert hat und bereits im Jugend- oder Amateurbereich des Vereinserfahrung als Coach gesammelt hat, denkt man sofort an zwei Namen. Eine interne Lösung wie Guti oder Solari hätte zudem den Vorteil, dass beide Ex-Spieler bereits einen Vertrag in Madrid haben, das erleichtert die Verhandlungen und man spart sich eventuell hohe Ablösesummen. Sollten die Königlichen einen großen Namen bevorzugen, ohne lange Vertragsgespräche führen oder eine Ablöse zahlen zu wollen, könnten Perez und Co. diese Trainer ins Visier nehmen. Perez erschüttert, während Zidane seinen Rücktritt erklärt, ringt der Real-Boss-Umfassung. Quelle, Marker-Demago. Falls keiner der oben genannten Trainer ins Beuteschema der Königlichen passt, bleibt nur noch eine Wahl, Real muss seinen neuen Trainer von einem anderen Klub losheißen. Die logische Konsequenz sind eine Ablösesumme und mögliche zähe Vertragsverhandlungen. Diese Kandidaten kommen in Frage. Reaktionen auf Zidane-Rücktritt, danke für zweieinhalb unglaubliche Jahre. In den nächsten Wochen wird die Fußballfans weltweit zwei Fragen umtreiben. Wer wird Weltmeister und welchen Trainer präsentieren die Real-Bosse als Zidane-Nachfolger? Liebe Leserinnen und Leser, aktuell steht Ihnen leider keine Kommentarfunktion zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen werden. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie hier. Leider ist es nicht möglich, alte Accounts und Kommentare zu übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gerne auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team